Heute werden wir alle Skibbidi-Toiletten finden in Roblox. Wenn ihr noch nicht diese neue Skibbidi-Toilette kennt, dann wollt ihr auf jeden Fall dieses Video nicht verpassen. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Jungs, Jungs, habt ihr schon von der Skibbidi-Toilette gehört? Habt ihr schon von der gehört? Oh mein Gott, ja, habe ich. Skibbidi-Bibbidi-Bibbidi. Guck dir das erstmal an, das ist die. Und wir können jetzt... Und heute können wir jetzt alle... Wir können jetzt alle, ja, wir können jetzt alle Skibbidi... Was für einsammelt, der hat mich gefressen gerade. Nein, vor dem müsst ihr aufpassen, es gibt doch böse hier. Oh mein Gott, lauft! Jungs, komm mal hier mit, komm mal mit, Kasper, hier. Wir müssen nicht hier innen gehen. Da! So sehen die aus. Oh mein Gott, ich hab einfach... Zeig mal. ...die erste Toilette bekommen gerade. Läuft jemand da her? Ich weiß, ich weiß, warte. Ach nee, ist das jemand anderes? Guck mal, guck mal. Das bin ich. Ja! Das ist ja schon, Kasper. Wie siehst du aus, Leon? Ich bin die Skibbidi-Toilette. Hast du Angst schon vor mir, oder nicht? Äh, guck mal, hier kann man eh drücken. Äh? Kann man eh drücken. Hier, bei mir. Hier drüben. Äh. Oh! 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 Toiletten-Nerd. Skibbidi-Skibbidi-Bam. Yo! Oh mein Gott, es muss hin. Jo, es ist die Toilette, die ihr voll beigelaufen seid. Oh, zurück, zurück. Verdammt. Nein. Guter, guter Call. Guter Call. Ich hab euch. Weiter, komm, wir gehen hier lang. Hier ist ein... Yo! Also, ich dachte, ihr seid schon wieder fast beigelaufen. Aber nur fast. Toilette. Und was ist hier noch? Aber nur ganz... Äh, und jetzt? Hier ist zu. Hä? Wer hat grad ne Tür aufgemacht, der hat Special. Ich weiß. Ich glaub, wir... Wart mal hier hinten. Oh mein Gott. Hier ist noch eine. Hä? Die ist bei mir nicht... Pfuh. Mir nicht auf. Hier, 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 hier. Die ist auf. Hä? Wie cool war das denn? Hier ist damit noch eine Ding, ne? Zeigbar. Ey, die war richtig cool, die wir grad bekommen haben, ne? Ja, die war extra richtig cool. Oh mein Gott. Stimmt, so ne Spinne. Alter, was denn hier? Oh mein Gott. Sie sind fast übersehen. Schein, ey. Das ist die Spinne. Das ist die Spinne. Hilfe, Jungs. Rett weg. Oh Gott. Ey, ich gucke Jumpscared. Hier hinten um die Ecke, da müsst ihr hin. Hinten um die Ecke müsst ihr hin. Okay, 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 okay. Soll ich wieder runterkommen? Alter, hab ich ja schon gerade, Alter. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wir müssen nach linksen. Lass uns teleportieren. Wir können uns teleportieren. Teleport, stimmt, spawn. Zur Factory. Lass uns zur Factory hin. Factory, teleport, let's go. Hier ist nämlich auch direkt ne Toilette, die wir haben können. Ui. Giga-Chat-Toilette. Guck mal hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier oben. Hier müssen wir es öffnen. Okay, und dann haben wir... Hä, bei mir? Ah. Ich... Okay, stark. Ich glaube, die finden das nicht so lustig. Wer nicht verraten wollte es, Digga. Alter, hier sind voll viele Toiletten in dem Dingens. Eine. Oh, stimmt, wollte ich eine. Ja, hier sind noch mehr Toiletten. Guck mal hier. Hä, ich habe irgendeine Toilette. Ich habe irgendeine Power-Source eingesammelt. Ihr auch? Ich auch. Ehrlich? Ja? Nein! Oh, ich auch, ja. Power-Source. Okay, wo muss... Ah, hier rein. Ich wurde schon wieder, ich wurde schon wieder gejumpscared. Ja, boah, die sieht auch krass aus. Ich noch nicht einmal. Ja, die hast du übersehen. Was habe ich übersehen? Du hast einen übersehen. Wo denn? Tja. Machen die Augen auf, dann findest du die vielleicht. Ich habe mich echt übersehen. Ey, ich wurde gejumpscared, Kasper. Ja, wie schön seid ihr? Bro, hier sind vier Toiletten in einem Garten einfach. Ja, moin. Bist du aufs Dach gegangen? Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Du musst hier rein, nicht aufs Dach. Du hast recht. Hier ist aber eine Toilette. Ach so. Ja, okay, auch gut. Und dann sind hier im Garten so viele, ne? Genau, vier Stück sind da. Oh mein Gott. Mirkan, wo bist du? Wo seid ihr? Mirkan ist in der Firma gerade. Ich bin in der Factory noch. Ich habe gerade so viele Toiletten eingesammelt, das glaubst du nicht, ne? Ich bin im Nachtclub. Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Da, er ist im Club hier bei mir. Da bist du. Komm, da vorne so eine. Beim kaputten Haus. Alter, der ist im Fahrstuhl. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, ich hatte schon eine Zeit. Alter, wie viele Toiletten sind die, Jungs? Warte, 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 warte. Guck mal, hier unten, hier, hier, hier. Alter. Okay, Jungs, wo teleportieren wir uns hin? Flugzeug. Ja, lass uns teleportieren. Nein, wir suchen, wir suchen, wir suchen uns und suchen. Hier ist doch noch eine hier oben. Hast du nicht gesehen, oder was? Jetzt teleportieren, okay, wohin? Wohin? Zur Warzone. Warzone bin ich auch gerade. Hier sind auch echt viele Toiletten, die ich jetzt gerade einsamle. Hier ist wieder eine Kanalisation, ne? Aber ich glaube, das schont sich nicht. Stimmt. Naja, hier sind so viele Toiletten, Jungs. Oh mein Gott, die Duseltoilette, Digga, die läuft hier rum. Bro! Oh mein Kollege! Alter, mit Graffiti sogar hier hinten. Hey, ich hab's mal was da noch vorbeigelaufen. Hä, nein, die hab ich. Die noch mehr? Monday-Toilette? Weiß ich nicht. Nee, Weekday. Nee, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt. Ach, die ist hier hinten, oder was? Monday? Wednesday! Wednesday, Digga. Monday! Digga, Monday-Toilette, Digga. Die Monday-Toilette. Eie, weie, ja, ja, ja. Alter, die ist einfach im Basketballkorb als Toilette getarnt. Wie geht das denn? Wie? Wo? Hä? Wie können wir denn nach oben? Äh, wir müssen jetzt hier außen... Komm mal hier an die Wand, komm mal hier an die Wand. Alter, ist doch eine versteckt. Ja, und da kannst du eh drücken. Hä? Ja, die war versteckt dahinter. Mann, Kaspar ist schon wieder weg. Ich bin nicht weg, ich seh euch doch, Alter, ich komm doch. Da ist ein Fahrer. Alter. Hier ist eine Mega-Toilette. Ah, Gott. Das ist extrem groß. Ah, hier sind so viele, Bro. Hier ist locker auch noch eine. Zwei sogar. Kann man irgendwo sehen, wie viele man es schon hat? Ja, ja. Bro, es sind ja auch viele, sehe ich gerade. Guck mal gerade. Äh, Morps. Oh, ich habe schon, ich würde sagen, ich habe bestimmt schon so die Hälfte an Toilettenverfolio. Aber ich glaube, die können wir auf jeden Fall alle finden. Alter, ich bin auf dem Hochhaus, ganz oben drauf, Leon. Ja, ich komme gerade, ich komme gerade. Das sieht richtig verrückt aus. Alter. Wie habt ihr doch locker noch nicht, die hier hinten sind? Die, äh, Iron Man hat das noch nicht. Glottser-Toilette, Totenschädel-Toilette. Oh, an den der Toilette. Was? Wo seid ihr? Hä, seid ihr da oben? Hier ist auch noch eine, Möckern. Da seid ihr. Ja, habe ich. Was ist das für eine? Alter, das ist einfach Toilette-Kill. Oh mein Gott, geht es hier hoch? Oh mein Gott, der hier links ist auch noch auf dem Dach. Guck mir doch aufs Dach, der hier links ist auch noch. Hier ist ein Helikopter. So, okay, am Start. Alter, das ist denn das für einer? Oh mein Gott. Was auch noch? Lol. Oh mein Gott, als nicht so weit ich jetzt schon bin. Wir haben eine, haben wir gerade eine special Toilette aufgehoben? Ich glaube schon. Hier ist aber eine riesen Toilette. Ähm, Alter. Sehr schön. Das ist die Toilette. Oh, ja. Das habt ihr gesehen. Iiii. Da oben ist auch eine Lecke. Alter, einfach zwei Stück. Alter, war es knapp gerade. Okay, lass uns. Okay, jetzt können wir noch teleportieren. Zur Big, äh, zur, äh, höh? Zur Big Toilette. Woher jetzt waren wir? Ja, da waren wir schon. Woher willst du? Woher willst du? Dann lass uns zum Spawn teleportieren. So, da waren wir glaube ich nicht. Ich kann nicht hier. Hö, hier. Warte, hier war, hier vorne sind noch welche. Das Dixi-Klo auch locker, oder? Waren wir schon in der Kirche? War ich schon drin, ja. Hier ist die goldene Toilette. Yo, ein Dixi! Alter, Alter, was ist das denn? Ja, ja, da waren wir eben auch. Ach, da wart ihr schon? Ach so, die, die Geheime. Hier rechts waren wir glaube ich noch nicht. Hier sind auch einfach Pakule. Alter, mir folgt so eine Doppel-Toilette. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier hab ich noch eine eingeschmelt. Wir waren ja schon, Warzone. Ich hab eine türkische Toilette gefunden. Was? Wirklich, mit einer Türkei-Flagge. Das ist ein trauriges Kind, steht da. Alter, wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich hab gleich alle. Ich glaube, ich hab gleich alle. Ich hab eine Yoda-Toilette. Ich hab so viel im Flugzeug. Eins. Hö. Okay, mir fehlen auch irgendwie 30 Toiletten, oder so. Ich guck mal grad. Was? Morphs? Oh, mir fehlen auch noch so ungefähr 30. Hier ist noch eine Toilette. Eine Sword-Toilette einfach. Guck mal, das ist ein Daffran nach oben hier. Da ist auch noch eine. Was ist das denn mit den großen Tatsen in den Köpfen da hinten? Das sieht so aus. Und muss ich pusten? Da kann man nicht pusten. Da kann man aber nicht hoch. Ich hab die Spitze eingesammelt. Hoch mit dir. Ah, ah, pass, warte. Was? Wo brauche ich die? Ja. Ja, jetzt geht er vorsichtig hoch. Ich glaub, dass es ging. Was macht ihr da? Ich weiß nicht, da sehe ich so ein... Ah! Ah! Aber da ist, denke ich, nichts. Hier darf man nicht sein. Ich glaub, hier darf man nicht sein. Das ist ganz, ganz buggy. Hier ist nichts. Oh nein. So, hier der Lock auch noch euch jetzt. Und da hinten sind noch viel mehr Toiletten. Oh mein Gott, auf den ganzen Dächern hier. So viele schon gefunden. Kameramann, Toilette, Fernsehtoilette. Warte, Birka, Kameramann, Toilette, Toilet Corporation. Da müssen wir rein. Toilet Corporation? Mhm. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Hier war noch mehr, nämlich oben auf dem Dach. Hab ich grad noch gesehen. Locker hier noch rüber, über die Dings. Ich bin da und... Oh, ha, 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 ja. Noch eine Toilette. Hier rüber jetzt. Oh mein Gott, ja, dein Gang. Das waren nochmal easy, easy zwei Toiletten jetzt hier. Toilet, Kindergarten. Okay. Ist das der für Geheimraum? Kindergarten? Wie soll man denn da hinkommen, auf die Toilette hier? Wie soll das denn gehen? Oh mein Gott, hier sind ja auch voll viele drin. Hä? Alter, hier sind, oh mein Gott, drei Toiletten in einem Raum. Oh, nee, raus hier wieder. Ruhig hier wieder raus, da oben. Also ich hole mir jetzt die Toiletten. Will jemand mitkommen? Und auch Cameraman ist auch nochmal hier. Die hatte ich eben auch, Cameraman. So. Hä, seid ihr beim Schrottplatz? Alter, hier sind voll viele, Alter. Wir sind beim Schrottplatz, da waren wir noch nicht. Ist die im Schrottplatz? Ja. Gut, da war ich eben schon. So, hier noch durchgucken. Oh Gott, ich hab ne Spitzhacke. Ich hab ne Spitzhacke bekommen. Ja, hab ich auch, hab ich auch. Ich weiß aber noch nicht genau, wo wir die einsetzen können. Doch, ich glaube, ich weiß auch nicht. Äh, ist hier noch mehr? Ja, hier ist auch ne Toilette. Ist hier noch eine versteckt, oder was? Hä? Alter, hier waren so viele Toiletten. Ist das noch Toiletten? Ich hab ein Abzeichen bekommen für die goldene Kronen-Toilette. Alter, crazy. Ja, guck mal hier. Leon, guck mal nach oben. Hä, wo bist du da hingekommen? Ja, komm her, das ist ein richtig Secret. Oha, warte mal. Das ist so ein eingebrochenen... Hier sind noch 5'4 Toiletten. Ja, hier oben auch. Das ist die Secret-Zeit, die ich meinte. Oh mein Gott. Und hier kommst du nur mit so einem kleinen... Oha. Oha. Ey, was? Ey, wir sind nur 20 Toiletten. Oh mein Gott, hier ist auch noch eine Balkan hier links. Stimmt, die hab ich. Und ganz oben. Und jetzt hier, komm her, komm her, komm her. Pass auf mit dir. Ach da, oh mein Gott. Oha, ich hab auch ein Abzeichen. WC-Krone. Ja, nicht schlecht. Wie seid ihr da hochgekommen, Jungs? Mit Tricks. Mirkan, hier ist doch die Straße, hier oben. Die hab ich auch schon komplett. Ehrlich? Ja, ich bin... Ich bin gerade gut. Aber hier war noch einer unten. Ja, die sind jetzt da hochgekommen, den Turm. Sag doch. Nö. Nö. Ja, also wirklich, wie kann man sich... Vielleicht, wenn ich gewonnen hab, sag ich dir das. Alter, mir fehlen. Yo, mir fehlen nur noch Dingens. Eins, äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nur noch zehn Toiletten. Wo sind jetzt die da? Oh mein Gott. Die sind wahrscheinlich irgendwo richtig gut versteckt, oder? Ah, hier ist eine. Oh mein Gott, ich bin da selber hochgekommen. Ja, Lüge. Lüge. Ach so, Lüge. Dann guck mal, wer hier oben ist. Zack. Irgendwo hier müssen noch versteckte Toiletten sein. Ich gucke jetzt gerade mal. Hier unten vielleicht. Eine Noob-Toilette. Zehn Stück nur noch? Das ist schon, das ist schon noch, äh. Also, ihr zählt ja nur die oben, äh, die mit Grünschlössern, ne? Nein, nein, die zählen wir nicht mit. Ah, die zählt hier nicht? Oh Gott. Nein, nein. Nur die unten mit Gelb. Weil hier war noch eine Toilette. Wieso, wo ist der Shop? Ja. Was, wo ist der Shop? Bro, hier sind einfach zehn. Wo sind die? Wo ist das? Wo ist das? Da sind so viele Toiletten. Ich hab ne Spitzhacke, kann man die aufbauen? Guck mal her. Guck mal hier, eh. Warte, wo seid ihr? Warte, warte doch nicht. Eine Gold-Toilette, eine Money-Toilette. Achievement. Was? Jawohl, Alter. Okay, ich guck mal. Das ist ein ganz geheime. Alter, was? Hä? Ich hab gemacht. Ja, jetzt gleich. Ah, jetzt. Auch bisher. Ja, ich hab sie. Alter, stark, stark, stark. Das ist eine Maragd-Toilette. Das ist noch eine dahinter. Da oben. Wie haben wir die hier oben schon? Wie? Nee. Über uns, über uns. Wie kommen wir da hin? Mit Fahrstuhl. 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 Hä, unten auch noch, oder was? Du kannst durchs kaputte Fenster raus. Und jetzt? Wolang? Oh mein Gott, wie krass. Hä, wo, wo, wo? Wir müssen jetzt irgendwo raus. Wir müssen irgendwie einen weiter runterkommen. Äh, ich glaub nicht. Oder aufs Dach kommen. Oder aufs Dach kommen. Nee. Ah, ich hab ne Idee. Oh mein Gott. Nee, hat es geklappt, oder? Ja. Nein, wie close, aber man schafft es, man schafft es. Okay, ich mach nochmal. Nee, ich hab sie nicht. Oh ja, ich hab sie, ich hab sie. Ich hab sie auch fast gekriegt eben. Ich hab sie. Oh, zeig mal. Ich stehe auch noch. Wir fehlen jetzt nur noch, wir fehlen mir noch vier Stück. Oh mein Gott. Wie viel fehlen mir noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück nur noch. Alter, wir fehlen nur noch vier. Bro, wie krieg ich die da oben? Die will ich haben. Oh mein Gott, hier, hier war noch einmal eine Toilette versteckt. Oh mein Gott. Endlich, Digga. Weil ich auch nicht erkläre, dass man am Gebäude glitschen muss. Das ist kein Glitschen. Das ist Skill. Es hat glitschen, dass sich alle gesehen. Es fehlen nur drei Toiletten. Es fehlen nur drei Toiletten. Ich glaube auch, es gibt mehrere Kanalisationen, Jungs. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt nur eine, ich glaube, es gibt nur eine. Ich check nochmal lieber ab. Ich bin mal nach unten. Nee, die Anzahl der Zone ist nichts mehr drin. Ich geh nochmal zum Club jetzt, weil ich glaube, ich war da nicht ganz drin. Achso, hier oben? Also die Safe Zone. Wie viele fehlen euch noch? Vier und Kasparieren? Wir fehlen drei. Drei? Drei. Das Ding ist, ich glaube, die meisten sind eh auf den Dächern. Also eines auf so einem Ding drauf. Ja, was für ein Ding. Kann man irgendwo noch hochfahren mit irgendeinem Gebäude hier oben, ne? Hier hinten oder so? Nicht so einfach. Ah, hier ist safe irgendwo. Habt ihr schon die ganze Zeit in meinem Kindergarten? Habt ihr schon die ganze Zeit in meinem Kindergarten? Ja. Ja, ja. Dich oben irgendwelche schletten? Nein, gar so, oder was? Ich seh... Das Ding ist, die eine war eben auch richtig eklig, ne? Mit diesen Dings. Mit dem, äh, mit der Spitzhacke. Kann sein, dass es sowas noch mehr gibt. Wir hatten auch dieses Energieding, aber das hatten wir woanders benutzt, ne? Ja, ja, das müssen wir in der Firma nutzen. In der Factory, manch. So. Oh, warte mal. Hier ist noch eine Toilette. Ey, hier ist ja der Basketballkorb. Auch eine Toilette. Guck mal, Mölkern, hier ist noch eine Toilette. Die hab ich schon, die hab ich schon bei dir, Leon. Alter, mir fehlen nur noch zwei. Was? Sag mal, welche, vielleicht hab ich die schon. Weil eine, weiß ich, die ist ganz undercover, ganz eklig. Eine einzige. Ich hab so einen, äh, das ist so ein Zauberer und einmal so einen mit so einem Alienauge. So ein grünes Alienauge, was rausguckt. Okay, Alienauge hab ich auch noch nicht. Und Zauberer, wie sieht das aus? Der blaue Zauberer. Das hab ich schon. Wie? Die hab ich schon. Die hab ich schon. Alien hab ich auch noch nicht. Alien wird, glaub ich, im Weltall sein oder sowas, oder? Wo ist der Zauberer? Weiß ich nicht mehr, Digga, hab ich vergessen. Ich glaub, ich muss mir einen Helikopter und sowas kaufen, weil ich weiß nicht, wie man die eine bekommen soll, da oben. Die Toilette. Oh, ab hier, du Grusel. Ja, die hol ich mir jetzt, äh, Leon. Die kann man sich gar nicht holen. Na klar. Wie denn? Hier, hier hab ich doch schon alle. Hä? Bro, wo sind denn noch welche? Es war schön, mit euch Geschäfte zu machen. Er hat sich gleich einen Helikopter gekauft. Nein, das glaub ich nicht. Bro, du kannst doch uns mitnehmen. Nimm's doch mit, Alter. Ja, das war das Alienauge. Und wo ist dieser blöde Zauberer? Warte, wo hast du das Alienauge geholt? Zeig mal bitte. Hier oben. Gritt man nicht anders. Ja, na klar, guck mal. Oh mein Gott, bist du schlecht. So. Ja, wie? Ja, zeig, zeig. Oh mein Gott. War ich hier schon? Ja, so. Ja, und dann? Und jetzt kommen wir ganz kurz nah ran zu mir. Oh Mann. Wo seid ihr denn? Ja. So, und jetzt rüber. Ja. Ich habe hier den Alienauge. Und hier ist noch einer. Hast du den? Ja, ja. Kasper, wo ist der Zauberer? Weiß ich nicht, Digga. Oh, ich bin mit dem Helikopter. Oh, da ist der weg schon. Oh, aber. Wo ist denn der Zauberer? Ich bin auch der Zauberer. Ich bin auch der Zauberer. Sag dir Bescheid, wenn ich den Zauberer finde. Ja, also ich habe ihn auch schon eingesabelt, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Mir fehlen noch vier. Vier. Also ich gucke gerade über alle Dächer rüber und Ding ist gar nichts, ne? Ich kaufe mir jetzt den Zauberer mit Robux. Ha, ha, ha. Oh, hey. Mann. So, und damit habe ich. Ja, Mann. Nicht schlecht. Ich muss sie einfach finden. Alle gefunden. Juhu. Das hat es gewesen. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Und drei bis morgen. Ciao, ciao.